Iris Klein, in einer Beziehung, Verwirrung um ihr Liebesleben Iris Klein und Mr. T sind bereits seit einigen Monaten getrennt. Oder doch nicht? Jetzt sorgt ein Detail für Verwirrung um ihr Liebesleben. Iris Klein, 56, trennte sich vor wenigen Monaten von ihrem Mr. T. Bereits im Dezember letzten Jahres löschte die Mutter von Daniela Katzenberger, 37, sämtliche Fotos von sich und ihren neuen Freund auf Social Media. Fans spekulierten sofort, dass Iris wieder Single ist. Wenige Wochen später dann die Gewissheit. Wir haben uns beide für getrennte Wege entschieden, weil wir beide einfach gemerkt haben, dass wir zu verschieden sind und nicht das gleiche wollen, schreibt Iris auf Instagram. Doch jetzt sorgt ein Detail für Verwirrung, sind Iris und Mr. T doch nicht getrennt? Iris Klein bezieht Stellung zu den Beziehungsgerüchten. Während einer Fragerunde auf Instagram wundert sich ein Fan, warum Iris Beziehungsstatus auf Facebook noch immer in einer Beziehung sei. Ist sie etwa doch nicht von Mr. T getrennt? Das habe ich heute endlich herausgefunden und dementsprechend geendet bzw. gelöscht, antwortet Iris darauf. Auch diverse Fotos müsse sie noch löschen, doch auf zwei weitere Profile habe sie gar keinen Zugriff mehr, wie sie schreibt. Offenbar ist Iris nach wie vor Single. Sollte sie einen neuen Mann in ihrem Leben haben, wird ihre Community auf Social Media bestimmt davon erfahren.